Ich möchte Ihnen jetzt das Kollektiv von uns vorstellen. Hier vorne ist Manfred Kraul, Mittelfeldspieler unserer Mannschaft. Als nächster Stefan Fritsche, Lieberow. Danach kommt Detlef Limbach, ebenfalls Mittelfeld. Danach der Sportfreund Schirnig, Abwehrspieler. Dann kommt Sportfreund Bernd Röpke. Dann der Sportfreund Ralf Kahnt. Danach kommt der Sportfreund Norman Schubert. Danach unser Mannschaftskapitän Lothar Paul. Unterneben Wolfgang Lischke, Stürmer. Lothar Paul, Mittelfeldspieler. Michael Mayer, ebenfalls Stürmer. Lothar Höhne, Abwehrspieler. Hubert Zuchantke, Torwart. Dieder Gosch, Stürmer. Frank Matischowek, Abwehrspieler. Frank Molanski, ebenfalls Abwehrspieler. Roland Demmer, Abwehrspieler bzw. Mittelfeldspieler. Ralf Breitsch, Stürmer. Jürgen Schubert, Stürmer. Und Reinhard Menze, Torwart.